Was braucht man eigentlich zum Deppen? Ja, was braucht man? Es gibt natürlich immer ganz günstige Variationen. Ja, im oberen Bereich, im oberen Level, das ist nicht mehr das Kiffen, sondern hier geht es wirklich um das High-Level-Konsumieren, sag ich mal. Und ja, was brauchst du? Du brauchst auf jeden Fall mal ein Werkzeug, womit du das Extrakt aus der Dose holst. Da gibt es schöne handgeformte Sachen oder auch elektrisch, die sich erwärmen, wo das Extrakt dann automatisch in den Bänger läuft. Du brauchst eine RIG. Eine RIG bedeutet eigentlich eine Ölplattform. Eine kleine Wasserpfeife, würden manche auch sagen, die halt einen Auffangbehälter noch extra für das Öl hat. Dann gibt es natürlich verschiedenste Aufsätze, Bänger und andere Formen von Aufsätzen. Es gibt Balls, es gibt, wie heißt denn die Spinner? Pillermann. Pillermann. Also ich sage Pillermann, aber Piller heißt. Es gibt Temperaturfühler, damit du weißt, wann du eigentlich die richtige Temperatur für dein Extrakt hast. Auch da gibt es ganz verschiedene Einstellungen. Ja, dann gibt es natürlich auch noch elektrische RIGs und auch andere Geräte. Es gibt zum Beispiel noch einen Nectar Collector, den du mit einem Burner, ein Burner ist ein Brenner, ein starkes Feuerzeug, womit du die Sachen erhitzt. Oder auch andere Stahlsachen und das direkt in die Extrakte hältst und konsumierst. Das ist mal so die Hauptsache, die man eigentlich zum Dämmen benötigt. Okay, danke euch. Habt ihr sonst noch andere Tipps für die Community? Ja, ich glaube eine Sache habe ich bei der Hardware noch vergessen. Was ganz wichtig ist, ist das Reinigen. Also nicht nur vom Mundstück, sondern auch von den Bängern und so. Also da nimmt man so Behälter für, das wird dann, ich stelle das mal ein bisschen zur Seite, das wird dann auf den Isopropanol aufgelöst und gereinigt direkt in so Bädern, damit man beim nächsten Mal wieder ordentlich konsumieren kann. Die Extrakte fressen sich natürlich immer gut rein, deswegen sollte man die immer sofort sauber halten. Teilweise gibt es auch noch so Stäbchen dabei, wo man das dann reinigen kann. Das empfehle ich immer dabei zu haben. Ihr solltet immer darauf achten, es gibt verschiedene Glasarten. Es gibt die meisten Arbeiten mit Borosilikatglas. Mittlerweile, die Leute, die es sich leisten können, die arbeiten schon gerade bei Bängern mit Quarzglas. Und da sind auch noch ganz andere Temperaturen, die man da benutzen muss. Also bei Quarz ist wesentlich die Temperatur höher als bei Borosilikatglas. Auch da sollte man gut drauf achten. Ja, und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß und immer vorsichtig an die Sache rangehen, sich langsam steigern, nicht sofort volle Galotte, sondern immer schön. Zeit lassen und genießen und dann wird es auch was. Danke. Danke euch.